Hallo, schönen guten Tag, liebe Monarchoristen. Hallihallo, Oskar und Schorsch. Das ist aber jetzt mal was ganz besonderes, oder? Was ist denn da? Sehr cool, das ist die Good Society Straight Jeans in Black Silver, also ganz fein gearbeitet, so ein bisschen grau mit schwarzen Ansätzen. Da fahren wir mal mit der Kamera hin. Macht so ein leichtes Anthrazit, ein bisschen blau wirkenden Schatten, super cool. Straight, weißt du ja. Ja, genau, also ist von der Passform normal. Normale Talie, etwas schlankere Passform und ein gerades Bein. Okay, super. Hinten Taschen ganz normal angesetzt, schönes Logo von Good Society, wie immer auf der Tasche genäht. Gibt es bei uns jetzt im Monarcho Shop, ihr Lieben. Jawohl. Und zum Thema Nachhaltigkeit. Sollte der Linus noch was sagen, oder? Sollte eigentlich der Linus dann noch was sagen. Wird er euch auch. Wird er auch. In dem Sinne, macht's bald. Tschüss.